Hallo, in diesem Video will ich erklären, wie ein Ledge funktioniert oder ein Flipflop oder ein RS-Flipflop. Es gibt leider verschiedene Namen dafür, die verwirren am Anfang, aber meinen in der Regel alle dasselbe. Für alle, die das noch nicht wissen, ein Flipflop oder ein Ledge ist ein Speicherbauteil oder ein Speicherelement. Das heißt, es kann einen Zustand speichern. Warum dieses Video so lang ist im Vergleich zu allen anderen Videos, ist, ich werde euch nicht einfach einen Schaltplan zeigen und sagen, hier kommt eine 1 rein, da kommt eine 0 raus, sondern ich will Stück für Stück einen Schaltplan aufbauen, mit dem wir uns quasi unser Ledge selber bauen. Deswegen der Weg zum Ledge oder Flipflop halt. Okay, das gesagt, gucken wir uns nicht das Englische an, sondern gucken wir uns diesen Schaltkreis hier an. Das ist die erste Idee. Wir haben hier unsere Eingabe und hier haben wir unser Oder-Gutter, Or-Gate. Und die Ausgabe vom Oder-Gutter geht einfach wieder bei sich in die Eingabe rein. Das heißt, der Wert zirkuliert dann hier einfach so. So, wir gucken uns das einfach mal mit einer schicken Animation an. Hier kommt eine 0 rein, da kommt eine 0 raus und die zirkuliert dann hier so rum. Was würde passieren, wenn wir jetzt hier eine 1 rein tun, dann kommt hier eine 1 raus, dann zirkuliert die hier so rum. Ist beides an sich nicht so spannend, aber jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir wechseln jetzt mal diese 1 hier auf eine 0 und sehen, dass die 1 weiter zirkuliert. Warum? Weil hier kommt ja immer eine 1 an, dadurch kommt dann hier immer eine 1 raus. Und die kommt wieder hier an. Also sie hält sich quasi selbst am Leben. Wir haben es also erfolgreich geschafft, diesen Wert jetzt hier zu speichern. Wir haben aber auch ein Problem. Und zwar können wir den Wert nicht wieder löschen. Die 1 wird hier für immer bleiben. Wir brauchen also eine Möglichkeit, die 1 zu löschen. Dafür bräuchten wir so eine Art Kontrollleitung oder Steuerungsleitung. Die erste Idee wäre jetzt hier ein anderes Oder-Gatter einzubauen. Das sähe dann so aus. Und wir gehen das kurz mal gedanklich durch. Wir würden hier oben eine 1 reingeben. Hier kommt eine 1 raus. Das könnten wir jetzt wieder auf 0 ändern. Die 1 kommt hier runter. Dadurch, dass das hier 1 ist, ist es völlig egal, was dieser Steuereingang sagt, weil es ja ein Oder geht ist. Hier kommt eine 1 raus. Die kommt dann wieder hier hoch und hält sich selbst am Leben. Wir haben also nichts gewonnen, weil die 1 können wir nicht wieder löschen. Blöd. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, dann machen wir doch ein End einfach hier draus. Das ist doch viel besser. Und tatsächlich ist das eine Idee, bringt uns aber wieder in andere Schwierigkeiten. Welche das genau sind, überlasse ich euch. Ich sage nur, das geht in die falsche Richtung. Wir wollen uns lieber nochmal weiter hiermit beschäftigen. Ganz besonders merkt euch mal kurz diese Dinger hier. Dann gehen wir jetzt erstmal zu diesem komplett anderen Schaltkreis. Und zwar mit zwei Not-Gattern. Und gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier eine 0. Dann würde die hier rumgehen und würde hier zu 1 werden. Geht dann hier so rum und wird wieder zu 0. Rum. 1. Rum. Der kluge Mensch hat festgestellt, hier oben ist es ja immer 0 und hier unten ist es immer 1. Wir prüfen kurz. 0. 1. Okay, das war nur eine Runde. Wir wollen hier erstmal landen. Also unser Signal flattert immer so hin und her. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Und jetzt kommt der Grund, weshalb hier eben so ein Strich war. Das ist unser Output O. Aus der Sicht des Outputs O ist der Wert immer 0. Obwohl der hier mit Lichtgeschwindigkeit immer wieder hin und her wechselt, ist der eigentlich 0. Interessant. Jetzt ist die Frage, was bringt uns das, dass das hier dieser Wert hin und her wechselt. Das, darauf kommen wir später. Aber eine andere Frage ist noch, hier war doch vorher eine 0. Wie kam die eigentlich da rein? Das ist natürlich, wir machen das jetzt alles mal ein bisschen realistischer. Und deswegen bauen wir uns hier ein Oder-Gatter ein. Da tun wir eine 0 rein. Und wir stellen fest, die 0 geht hier runter, die 0 wird zu 1, die 1 geht hier rüber, wird zu 0, geht hier rüber. Also hat sich nichts verändert, ist nur realistischer geworden. Jetzt ändern wir das A mal hier den A-Eingang auf 1. Wir gucken das uns hier drüben an. Der ist auf 1 und jetzt kommt ja hier eine 1 raus. Die kommt hier runter, wird auf 0 geändert, kommt hier rüber, wird auf 1 geändert, kommt hier rüber. In diesem Fall ist es jetzt so, dass oben immer die 1 rumläuft und unten immer die 0 rumläuft. Das ist interessant, wir haben jetzt das geändert. Vorher war oben die 0 und jetzt ist oben die 1, vorher war unten die 1, jetzt ist unten die 0. Und was jetzt auch noch interessant ist, wir machen das jetzt auf 0 und lassen nochmal rumlaufen und stellen fest, oben ist die 1, Entschuldigung, das war falsch, diese 1 kommt ja noch hier raus, weil sie vom Ohr hier war. Jetzt kommt sie hier an, wird hier auf 0 gesetzt, so, wird wieder auf 1 gesetzt und bleibt hier 1. Das heißt, selbst wenn wir den Eingang A auf 0 setzen, bleibt das hier in dieser Konstellation, dass oben immer die 1 ist und unten immer die 0 rotiert. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Im Grunde, ein kurzer Übergang, ein kurzer Seitenschwenk noch, wir gucken uns das hier nochmal an. Das ist im Grunde das, was ich ganz am Anfang vorgeschlagen hatte. Und da hatten wir ja das Problem, dass wir die 1 nicht mehr löschen können. Und in diesem Fall ist es eigentlich genauso. Wir können ja momentan die 1 nicht löschen. Also wenn die 1 einmal hier oben ist, egal, wenn wir A1 oder 0 machen, die 1 wird immer hier oben bleiben. Aber, und jetzt wird es ganz wichtig, wir überlegen uns, was wir gerade gemacht haben. Wir haben hier einen Not-Gatter und wir haben hier einen Not-Gatter. Und wir haben zwischen den beiden Not-Gattern eine 1 injiziert, sozusagen. Und dadurch ist es so geworden, dass oben, wir haben oben eine 1 injiziert und jetzt läuft oben die 1 lang. Oben läuft die 1 lang, unten läuft die 0 lang. Oben läuft die 1 ein, unten läuft die 0 lang. Wenn wir also jetzt hier eine 1 injizieren würden, dann würden wir das doch umdrehen. Ist doch genau dasselbe wie hier von der Logik her. Dann würde plötzlich die 1, wenn wir unten eine 1 injizieren, läuft plötzlich wieder die 1 unten lang und die 0 oben lang. Genauso wie wir das hier am Anfang hatten. Und genau das probieren wir jetzt und zwar mit einem zweiten Ohr-Gatter. Hier nicht mehr die Steuerleitung, sondern diesmal die Leitung B. Und wir gucken uns das gerade mal an. Die 1 von eben kommt ja auch hier her, wird auf 0 rumgelenkt, kommt dann hier runter. Und jetzt geben wir hier eine 1 rein. Dadurch wird das hier 1, läuft hier rum, wird 0, läuft hier hoch. Jetzt ist das natürlich 0, das heißt hier oben bleibt das 0, wird wieder zu 1, kommt hier runter und ändert sich dann auf 1. Und selbst wenn wir jetzt das hier auf 0 stellen, genau wie eben im Beispiel, das läuft einfach so weiter. Die 1 läuft unten lang und die 0 läuft oben lang. Das heißt, wenn wir oben eine 1 injizieren, dann läuft oben die 1 lang. Wenn wir unten eine 1 injizieren, dann läuft unten die 1 lang. Wir gucken uns die zwei Muster mal kurz hier an im Vergleich. Injizieren wir oben eine 1, dann läuft oben die 1 lang. Injizieren wir unten eine 1, läuft unten die 1 lang. Oder ein bisschen anders noch. Injizieren wir oben die 1, läuft oben die 1 lang. Injizieren wir unten die 1, läuft unten die 1 lang. Und jetzt nochmal ein bisschen mit Animation und so. Also wieder dasselbe im Grunde. Es ist nur von der Logik her sehr wichtig, deswegen wiederhole ich das so sehr. Also sagen wir, wir haben das jetzt hier, 1 läuft oben lang. Und jetzt sage ich hier, ich mache es aus der 0 hier, b mache ich 1, zack. Und schon läuft die 1 unten lang. Und selbst wenn ich jetzt hier das wieder lösche, wenn das jetzt wieder 0 wird, dann läuft die 1 weiter unten lang. Wenn ich jetzt sage bei A, 1, zack, und schon läuft die 1 wieder oben lang. Und selbst wenn ich das lösche, bleibt die 1 oben. Jetzt mache ich hier wieder 1, zack, und es ändert sich wieder, die 1 ist wieder unten. Und ich ändere es wieder auf 0 und es bleibt so. Unten injizieren, unten wird es 1. Oben injizieren, oben wird es 1. Und das ist unser Ledge. Das ist unser SR Flipflop. Eigentlich sind wir jetzt schon fertig, aber es hat noch nicht die Form, die ein normales RS-Flipflop hat. Deswegen wollen wir jetzt nur noch die Form anpassen und dabei dann noch ein paar Erklärungen machen. Das erste, was wir machen, ist, wir drehen diese ganzen Not-Dinger hier so ein bisschen nach oben und quetschen das so weg. Jetzt hat der Ausgang hier gar keinen Platz mehr, deswegen wechseln wir den nach hier, so. Und eigentlich, wir können das auch ein bisschen kürzen. Guck mal, Or und Not. Wir machen einfach die Dreiecke weg, schieben die nach oben, und dann haben wir hier ein Nor. Und jetzt ist ganz wichtig, wir haben ja jetzt gar kein oben und unten mehr, weil ja das ja anders ist. Wir haben jetzt ein links und rechts. Okay? Jetzt muss man mit der Regel, die ich eben aufgestellt habe, ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir jetzt hier eine 1 injizieren, dann wird nicht oben die 1, sondern links die 1 sein. Oder, ein bisschen allgemeiner, auch für später dann noch, wenn wir an dem einen Eingang vom Nor eine 1 reinmachen, landet an dem anderen Eingang vom Nor auch eine 1. Machen die wieder weg hier. Wenn wir an dem Eingang vom Nor eine 1 reinmachen, landet an dem anderen Eingang auch eine 1. Soweit so gut erstmal. Um jetzt irgendwelche blöden Stimmen zu beruhigen, wir haben ja jetzt hier einen Ausgang, wir wollen auch auf der rechten Seite einen Ausgang haben, deswegen machen wir das mal so. Und jetzt würde ich gerne nochmal hier über die Sichtweise des Outputs sprechen. Eigentlich, wie schon gesagt, hier rotiert ja immer 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aber aus der Sicht des Outputs hier, es ist immer 0. Okay? Wenn ich jetzt aber sage, ich lege hier eine 1 an, Entschuldigung, die 1 darf nicht da sein, ich lege hier eine 1 an, dann wird der Output 1. Okay? Wenn ich hier eine 0 anlege jetzt, dann bleibt der Output 1. Wenn ich hier jetzt eine 1 anlege, dann wird das hier 1 und das hier wird aber 0. Man könnte also sagen, der Eingang A setzt den Output und der Eingang B setzt ihn wieder zurück. Man könnte also sagen, der Eingang A ist ein Set-Eingang-Input. Schwierig mit Englisch und Deutsch. Und der Eingang B ist ein Reset-Input. Und das Ganze innen ein bisschen schöner. So, dann sind wir schon ein bisschen näher dran am RS-Flipflop. Was wir jetzt noch brauchen ist, wir wollen das Noor in die richtige Richtung drehen. Das machen wir mal so Stück für Stück hier. Mit einzelnen Folien eingeblendet. Ich hoffe, es ist nicht zu langwierig. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt schnicken wir dieses Kabel nach oben drüber. Ich hoffe, das ging klar. Nochmal zurück. Aus diesem Noor geht es raus. In dieses Noor geht es rein. Okay? Aus diesem Noor geht es raus. In dieses Noor geht es rein. Es ist also nur drüber geworfen. Und weil das jetzt noch so ein bisschen unschön aussieht, wir machen jetzt einfach gerade Linie daraus. Oh, das sieht schon besser aus. Und jetzt wollen wir uns nochmal um diesen Output hier kümmern. Und zwar sehen wir, das ist die komplette Output-Line hier. Da ist an jeder Stelle derselbe Wert. Also ob ich das Ausgangskabel hier ansetze oder hier dran löte, hier dran löte, hier oder hier dran löte, ist ja eigentlich völlig egal. Weil der Wert ist überall derselbe. Und genau das wollen wir auch machen, damit es ein bisschen einfacher zu sehen ist. Dann sieht das so aus. Dann sind beide unsere Ausgänge nach rechts und unsere Eingänge sind beide links. Dann machen wir noch die Zahlen weg, rutschen das Reset noch ein bisschen zurecht und dann sieht das doch noch richtig gut aus. Jetzt will ich über den Ausgang hier sprechen. Ich habe mich davor gedrückt, das Ding zu benennen. Warum? Weil, also im Buch, ich schreibe es noch kurz vorweg, im Buch würde es jetzt nicht O genannt werden. Aber ich finde das ein bisschen unpassend. Also erstmal kurz einen Hintergrund dazu. Wir haben jetzt immer über Set 1 oder Reset 1 gesprochen. Aber was ist, wenn beide 1 sind? Das würde dazu führen, dass hier eine 0 rauskommt und hier eine 0 rauskommt. Das heißt, hier ist eine 0 und hier ist eine 0. Und diese 0 würde sich nach hier weiter drehen und diese 0 würde nach hier weiter gehen. So. Und gehen wir jetzt mal von dem physikalisch unwahrscheinlichen Fall aus, dass Set und Reset beide zur absolut gleichen Zeit 0 werden. Dann sitzt hier an beiden Stellen eine 0. Das heißt, hier würde eigentlich eine 1 rauskommen. Und hier ist auch an beiden Stellen eine 0, würde eine 1 rauskommen. Würde also hier eine 1 sein und auch hier eine 1 sein. Die 0 ist überfällig. Die 1 würde dann hier runtergehen, würde aus der 0 eine 1 machen und genau dasselbe hier. Hier, die 1 würde runtergehen, hochgehen, daraus eine 1 machen. Jetzt würde das aber keine 1 mehr sein, sondern würde jetzt zu 0 wechseln. Das heißt, das hier würde auch zu 0 wechseln. Und ihr seht schon, das geht hin und her. In dem Fall wechseln wir immer zwischen 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 und zwar mit ziemlich hoher Geschwindigkeit. Das ist ein Zustand, den wir absolut nicht haben wollen. Und deswegen sagt man bei einem Flipflop, bei einem RS-Flipflop, dass Set und Reset niemals zur gleichen Zeit 1 sein können. Und wenn wir davon ausgehen, dass Set und Reset niemals zur gleichen Zeit 1 sein dürfen, dann können wir das hier, diesen Ausgang so benennen, wie er im Buch auch dasteht. Und zwar, wir nennen ihn nicht O. Wenn das unser Output O ist, ist das unser Output nicht O. Warum? Ich mache das mal kurz nochmal wieder alles weg. So, wenn wir hier eine 1 reintun, dann kommt hier eine 1 an. Wir wissen ja, wenn wir an dem einen Eingang eine 1 reintun, an dem anderen Eingang kommt dann eine 1 an. Das heißt, hier kommt eine 1 an. Und wenn wir das weiterdenken, stellen wir fest, hier kommt eine 0 an. Wenn wir jetzt das wegmachen und hier eine 1 ansetzen, dann wissen wir, hier würde eine 1 hinkommen. Wir gucken hier, das ist keine 0 mehr, das würde eine 1 werden. Und das ist keine 1 mehr, das würde eine 0 werden. Das heißt, dieser Ausgang hier oben ist immer das Inverse von dem hier unten. Deswegen kann man es nicht O nennen. An der Stelle nicht verwirren lassen. Für mich war es immer schwierig, okay, wenn das O ist und das nicht O ist, dann müsste das doch eigentlich irgendwie so sein, hier mit so einem Not-Gate dazwischen. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Vielmehr sollte man sich das so denken, dass die Bezeichnung oben einfach nur die logische Schlussfolgerung der Bezeichnung unten ist. Und das gilt natürlich auch nur so lange, solange Set und Reset nicht beide 1 sind. Das ist ganz wichtig. Aber gut, wie gesagt, also im Buch steht es mit Not, deswegen muss ich in diese Richtung gehen. Um das ein bisschen schöner zu machen, sieht das dann so aus. Und dann sind wir doch eigentlich schon fertig, würde das ungeschulte Auge sagen. Aber wir haben jetzt ein Problem. Und zwar haben wir ein SR-Flipflop und kein RS-Flipflop. Warum? Weil Set ja oben steht. Und anscheinend hat sich irgendein Vollpfosten irgendwann mal gedacht, hm, Setzen oben, Zurücksetzen unten, das klingt ja viel zu einfach und natürlich. Wir, wir drehen das einfach um. Dann haben nämlich die Studenten mehr Probleme und fühlen sich viel dümmer. Apropos, wenn wir schon dabei sind, guck mal, O für Output, klingt doch eh auch viel zu logisch. Wir machen einfach ein Q draus. Warum? Weil wir keinen Bock auf die Studenten haben. Also ich will damit sagen, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, warum die ein Q daraus gemacht haben und warum das Reset oben ist. Aber es ist im Lehrbuch so, deswegen der Weg dahin. Lasst euch aber davon nicht verwirren, denn die Logik ist immer noch dieselbe. Wir machen hier eine 1 rein und dadurch kommt hier eine 1 raus und dadurch wird in diesem Fall das Q, der Q-Ausgang, jetzt zur 1. und jetzt müssen wir aufpassen hier mit den Einsen. So, die müssen wir wegmachen. Dann tun wir jetzt hier eine 1 rein und dadurch wird das hier eine 1, dadurch wird das hier eine 0 und das wird eine 1. So, und das ist natürlich auch eine 0 hier. So, aber auch das wieder weg, denn zum Abschluss will ich nochmal das komplette Bild zeigen. So sieht das dann aus. Das sollte eigentlich das sein, was in eurem Schulbuch ist. Ich sage nochmal dazu, das ist ein NOA Ledge oder ein NOA SR oder RS Flipflop. Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, ein Ledge zu machen. Das ist halt hier mit NOA Gates gemacht. In diesem Sinne, ich hoffe, man hat es verstanden, ich hoffe, es war nicht zu lang, obwohl es sehr lang war. Bei Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare, vielleicht auch mal andere Kommentare erst lesen, die fragen oft auch dieselben Fragen. und auch gerne in die Videobeschreibung, nicht gerne, auch bitte in die Videobeschreibung gucken. Manchmal mache ich Updates und dann stehen die in der Videobeschreibung drin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat geholfen. Tschüss.